Moin moin und hallo, jetzt hast du, egal, Part 20 Minecraft, dieses mal mit Kumpel und ohne Musik, ich hab ein neues Text-Shop-Pack und 1.7 ist draußen, Daptown, und ich hab meine Map gesaved, und du bist? Hallo, ich bin der Marco und ich spreche heute mit, ja. Boah, schön. Ist geil. Schön lackfrei. Best, das Bett ist cool. Wat? Anders. Ich hab ein Zombie gehört. Coole Tür. Ey, der sieht echt gut aus. No, jetzt ist der Sound-Scheiß schon wieder da, das ist echt ätzend. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, das ist bei mir zum Beispiel nie so. Wayne. Mein Haus. Wow. So, das ist voll neu für mich mit dem Pack hier, das sieht total anders aus alles. Woran erkenne ich denn welche... Du kannst alles sehen, was ich jetzt zock, ne? Ja, ja, ich seh das. Aber es lag bei mir halt ein bisschen. Oder wie das man das auch nennt, lag lag lag. Ach, gar. Okay, ja, guten. Was haben wir hier? Fleisch. Ah, ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte Holzfarm, denn... Ich denke, der Sound ist wieder gut. Bei Minecraft hab ich immer Soundprobleme, ey. Sei dich ältestes LP, den Scheiß. Wenn ihr wissen wollt, welches Texture-Pack das ist, dann gebt mal bei Google ein und googelt einfach. Ich hab das erste genommen, das sollte das gleiche sein. Ähm... Boah, mit Übertragung leckt das auch bei mir sogar ein bisschen. Wohin? Ja, wenn's zu viel ist, dann lass das. Ist ja nicht schlimm. Nö, ich muss eh nur Holz fahren. Erzähl mal. Deine Map wurde fast gelöscht wegen dem Update. Ja, ich... Das war voll kacke. Ich mein, ich hatte... Du hast die Map ja gesehen, oder? Da war so viel Aufwand drin gesteckt. Und dann hab ich noch ungefähr sechs Häuser mehr gebaut. Also ich hab Coruscant nachgebaut von Star Wars. Und dann... Einfach weg. Und dann hatte ich zum Glück noch einen Save, aber... Der war voll weit hinten, also da hatte ich noch die ganzen Häuser nicht. Voll kacke. Und das ist immer doof. Meine Map wurde ja auch schon gelöscht, deswegen spiel ich hier... War das bei dir auch so, oder was? Ja, ja, mit dem Update. Ne, da war eigentlich ein Texture-Pack-Scheiß. Ich wollt ihn rausnehmen, aber die Map gelöscht. Fuck. Aber, naja, deswegen spiel ich ja die Map 2 hier. Sonst wäre ich jetzt bei Part 50 schon bei meinem anderen LP. Oh, egal. So was passiert. Bei dem einen sah halt dein Haus geiler aus. Und hier ist es halt mehr... Keine Ahnung, also das hier ist mehr anders. Ja, das ist halt was anderes. Gut erkannt. Nach diesem Part hier werde ich übrigens meine Nudeln aufsetzen, weil die grad auf dem Herd sind, ja. Plonk. Das Baum sieht... Das Baum, gut. Das Holz sieht hier verlustet aus. Sieht aus wie so ein Stein, irgendwie. Ja. Ich mag das zerploppen von dem... Ich mag den Sound voll, ey. Wenn das so zerploppt. Ich hab den Sound immer aus. Warum? Dalf. Weil ich... Warte. Die Rückkopplung. Ich sollte nie mit meiner Freundin schreiben, wenn ich mit ihr aufnehme. Warum? Was sagt sie denn? Sie jetzt neidisch, oder? Sie wollte mit mir telefonieren und dann sagt sie so... Ja. Ist dir mal ein wichtiger. Wie schreibst du ja? Boah. Schlapp, ey. Boah, den Abonnenten, die Frauen sind, werden mich hassen. Nein. Aber egal, sie schläft am Freitag. Bei mir. Ey, egal, mein Osten. Derbe. Du hast jetzt auch mal Ferien, gell? Die sind schon bald zu Ende. Das bockt gar nicht. Ich muss halt in der Schule an dich denken, so. Boah, der hat jetzt auch mal feiert, Mann. Fahren morgen ins KZ mit der Schule. Boah, da wurde ich mal allein gelassen. Das hat gar nicht gebockt. Boah, da müssen wir ja voll die Paras schieben, oder? Ja, natürlich. Alle waren weg. Ich war irgendwo in einer anderen Stadt. Und mich hat da eine Leerfahrt über die Autobahn mitgenommen und zum Bahnhof gefahren. Ey, ich hatte nicht mal eine Karte. Ich hatte echt Glück. Ich hab mich eiskalt allein gelassen, die Wichsers. So. Ich glaub, ich würde sterben. Ja, ich bin auch tot. Ey, das war echt schlimm. Das wünsch ich niemandem. Ups. Du kannst auch, ich glaub, irgendwie Shift, also, und dann Rechtsklick oder so, dann kriegst du immer so viel Holz wie möglich. Also wenn du da zum Beispiel drei reintust, kriegst du zwölf Holz wieder raus. Also gleich, dann musst du nicht immer klicken. Das Holz sieht geil aus. Sieht aus wie bei Sims, das Parkett. Sims ist cool. Das hab ich auch sehr oft gespielt. Leute, hab ich das nicht mehr. DALF! Nein! Verdammt. Äh, Minecraft ist echt so ein Lego-Baukasten, ey. Ist so nice. Hm. Ich hab heute meiner Mama meine Map gezeigt. Was hat sie gesagt? Boah, die war voll fasziniert und hat sie gesagt, du bist nicht mein Kind. Weil sie sowas ja gar nicht kannt, ne? Meine Mama weiß nicht mal, wie man WoW spielt, ey. Ich hab sie gebeten, weil er, da war ich noch Heiler, er heil mal den Tank hoch und dann hat sie das in die geweibt, ey. Voll lächerlich. Das hab ich natürlich nicht gemacht. Alle die Hater da draußen. Wat? Wat? Wolle ich was sagen. Ich hab gesagt, zu dem Sims-Ding. Ich kann dir Sims Deluxe hochschicken. Das hat ein Freund von mir gehört, aber der hat's bei mir vergessen und irgendwie nie mehr geholt. Nee, das ist ein Clown. Was für Clown, der Typ? Boah. Was ist mit dem Typ? Ist auch ein Pferd. Oh mein Gott. Das ist so peinlich. Ich muss mal den Fantastic Beats abonnieren. Hast du den nicht? Nee. Aber der macht echt geile Sachen. Ist ja nur noch, ist ja eigentlich nur einer. Echt, ist das nur einer? Also ich dachte, du hast doch gerade eben, ach egal. Ja, das wird waren mal mehr angeblich, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht, wir haben nichts Falsches zu haben. Schau, probier das mal. Mach mal, schiffst du deinen Rechtsklick drauf. Jo, gleich. So, mal gucken. Lol. Geht das? Nee, aber das deckt sich sofort da rein, so in den... Ja, dann mach mal nur Rechtsklick drauf. Irgendwie geht das. Das ist schon besser, also funktioniert das irgendwie besser. So muss man das nicht so rausziehen und so. Yeah, mal einen Balkon, der total überflüssig ist. Ich find dir ernst. Ja. Ja, der bockt. Das ist, diesen Part, wo du den gebaut hast, hab ich mir in der Schule reingezogen. Also, gestern, ich wollt mir auch so einen Part von dir reinziehen, komm in den Schulleiter rein, erst mal Handy abgenommen, Mann. Oh mein Gott, hast du es wiederbekommen? Nee, ich krieg's erst morgen wieder. Ich wollte gleich mal so, hey, laufende Kosten und so, du darfst es gar nicht behalten. Aber dann dachte ich mir so, nee, das ist volles Arschlach. Also, Herr Nete wusste, wenn Sie das sehen, ich mag sie nicht. Ich wollte schon so sagen, so, hey, kann sie das nicht? Das war jetzt, was ich mir nur gesagt hätte, den kann ich nicht, den hab ich moniert. Der kennt mich bestimmt auch, da gibst du nicht zu. Ja. Da sieht man voll gut, dass die fertig sind. Ja, die waren schön gelb und saftig. So, die Frage ist jetzt, wo kommt mein Bett hin und wo ist die Sonne? Oh Gott, der Part ist jetzt gleich zu Ende, da muss ich ja meine Nudeln aufsetzen, Alter. Wow, wow. Gut. Ähm, ich würd sagen, mein Bett mach ich noch in einem verstärkten Wandkasten, damit da auch ja keine Zombies reinkommen, weil mich das immer derbe aufregt, dass ich das nie hinbekomme. Hier könnte mein Bett stehen. Ja, ich würd's auch in der Ecke machen. Aber du musst auffassen, wegen dem Fenster. Ja, das passt schon. Dann hab ich hier ein Fenster. Oh, der Baum nervt ja total. Und der da auch, den muss ich destroyen. Boah, der Mond ist ja fett. Den guck ich mir von meiner Plattform an. Boah, das schwert sich auch cool aus. Und das Fleisch sieht so lecker aus. Und jetzt F1 war das, oder? Ja. Wow. Boah, jetzt müsste man Terranigma-Musik einspielen. Aber ich hab aber leider nicht... Sieht aus wie die Erde irgendwie. Naja. Sieht aus wie die Erde in blau. Na, das... Die Erde sieht so... Oh, kacke. Ah, nee, das war ne Kuh. Gut, dann werd ich im nächsten Part mein Bett bauen oder so ein Kram. Aber für heute war's das erstmal. Blum, 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 blum. Ja. Zu und Schau, äh, Dab und Marco. Achso, ja, Entschuldigung. Ich hab jetzt grad nicht aufgefasst. Tschüssi. Ciao.